Onkel Dagobert, der durch harte und ehrliche Arbeit zum reichsten Mann der Welt geworden ist, hat sich in seinem bewegten Leben nicht nur Freunde gemacht. Eine Vielzahl an gemeinen Widersachern stellte sich ihm bislang schon in den Weg, um ihn in irgendeiner Form zu bestehlen oder übers Ohr zu hauen. Um sein immenses Barvermögen zu schützen, ließ Onkel Dagobert auf einem Hügel in Entenhausen den Geldspeicher errichten. Dieser ist immer wieder Angriffspunkt für seine schlimmsten Feinde. Die maskierte Panzerknackerbande und die trickreiche Zauberin Gundel Gaukelei. Der Geldspeicher, die Panzerknacker und auch Gundel feierten im Jahr 2011 jeweils einen großen runden Geburtstag. Zweimal 60 Jahre und einmal 50 Jahre. Die Egmont Comic Collection gratulierte zu den drei Jubiläen mit dem Sammelband Onkel Dagobert, Milliardenraub in Entenhausen, Thaler in Gefahr. Kurz nach der Ankündigung Ende April 2011 wurde nur wenige Tage später bekannt, dass der Disney-Autor und Zeichner Don Rosa ein neues Cover für den Milliardenraubband anfertigen würde. Es dürfte damit eine der letzten größeren Illustrationen sein, die Rosa nach der offiziellen Beendigung seiner Karriere fertigstellte. Einen ersten Vorgeschmack sollten die Fans dann im August des Jahres erhalten, bevor der Band im November in den Handel kam. Der Jubiläumsband enthält einige ausgewählte Geschichten von Karl Barks, dem geistigen Schöpfer und Erfinder des Geldspeichers, 1951, der Panzerknacker, ebenfalls 1951, und Gundel Gaukelei, erstmals aufgetreten 1961, sowie auch von Don Rosa. Letzterer ist dafür bekannt, in vielen seiner beliebten Geschichten an Barks'sche Fakten anzuknüpfen, Bezüge und Anspielungen einzubauen und auch allerlei direkte Fortsetzungen zu Barks-Klassikern zu schaffen. Insgesamt kann man sich durch 22 Geschichten von Karl Barks und Don Rosa schmökern, die in vier Abschnitte eingeteilt sind. Nach einem Willkommensgruß mit der Rosa-Geschichte, Der Wert des Geldes, widmet sich das Kapitel Knacker am Werk einigen Storys der Sträflingsnummern tragenden Herren der Panzerknackerbande. Die Magie der Gundel Gaukelei können wir in sieben weiteren Episoden erleben, bevor am Ende beide Parteien gemeinsam zum Angriff übergehen. Begleitet werden die Geschichten von Cover-Abbildungen, aber auch anderen Illustrationen, die zum Groß von Don Rosa stammen. Doch eröffnet wird die Ausgabe mit gleich zwei wunderbaren Vorworten. Den amüsanten Artikel Im Schatten des Geldspeichers verfasste der FATZ-Redakteur Andreas Plathaus, der nicht nur erfolgreicher Journalist und begnadeter Autor ist, sondern seit 2007 auch Ehrenmitglied der Donald. In seinem Artikel geht der ausgewiesene Disney-Comic-Experte nicht nur auf die Ursprünge des Geldspeichers, der Panzerknacker und Gundel Gaukelei ein und unterstreicht deren Bedeutung, sondern ordnet sie auch in einen kulturhistorischen Kontext ein und erläutert ihre Merkmale bei den Künstlern Karl Barks und Don Rosa. Das zweite Vorwort steuerte Don Rosa persönlich bei und es ist zu schade, dass Karl Barks nicht ebenfalls die Ehre zuteil werden konnte. Auch Don Rosa beleuchtet in drei Jubiläen die Charakteristika der drei Geburtstagskinder und würdigt Barks Einfallsreichtum und Kreativität. Selbstverständlich lässt er es sich nicht nehmen, uns auch an seinen Blickwinkeln der Barks Schöpfung teilhaben zu lassen. Auf jeden Fall wird klar, dass es sich beim Geldspeichern nicht einfach nur um ein Gebäude, bei den Panzerknackern nicht nur um gewöhnliche Diebe und bei Gundel Gaukelei nicht zwangsläufig um eine dahergebrachte Hexe handelt. Das 60-jährige Jubiläum der Panzerknacker wird mit ihrem ersten Auftritt in Barks der Selbstschuss eingeläutet, wenngleich sie dort nur im letzten Panel zu sehen waren. Zu den Ursprüngen des Standorts des Geldspeichers entführt uns Don Rosa in der Geschichte Seine Majestät Dagobert I., in der Onkel Dagobert seinen eigenen Staat proklamiert. Bereits zum 50. Geburtstag des Geldspeichers und der Panzerknacker fertigt Rosa die witzige Story Gauner gegen Geldspeicher an, die auch einen detaillierten Bauplan des Speichers enthält, den man im größeren Format am besten in der Don Rosa Collection betrachten kann. Karl Barks ließ Onkel Dagobert dessen Geld zwischen grünen Salatblättern verstecken und ihn in einem Seegefecht gegen die Panzerknacker antreten. Das Abenteuer »Geschrumpfte Millionen« setzte Don Rosa mit »Die Unglaubliche Geschichte des Herrn D.« fort, in der die Panzerknacker erneut den Geldspeicher auf Miniaturgröße schrumpfen lassen. Dass Onkel Dagobert mit seiner Neffenschar den ewig pläne schmiedenden Panzerknackern immer ein Schritt voraus ist, wird den Lesern in Barks »Die Quelle nie versiegenden Vergnügens« und »Die Panzerknacker gehen auf den Leim« sowie Rosas »Eine schlüpfrige Angelegenheit« und »Die Zeitdiebe« vors Auge geführt. Während es die Panzerknacker zumeist auf den größeren Teil des Dakschen-Wahrvermögens abgesehen haben, würde sich die Magierin Gundel Gaukelei schon mit einem sehr, sehr kleinen Teil begnügen. Die Rede ist natürlich von Dagobert Daks erstem selbstverdienten Zehner. Wie sich die beiden das erste Mal begegneten, lohnt es sich in »Der Midas-Effekt« bei Barks nachzulesen. Die Bosheit von Gundel wird Dagobert in »Die vielen Gesichter der Gundel-Gaukelei«, aber auch im actiongeladenen »Anschlag auf den Glückszähner« bewusst. In einer relativ selten angesprochenen Abenteuergeschichte von Don Rosa rückt dieser in »Die Botschaft der Säulen«, geschickt die eigenwillige Beziehung zwischen Dagobert, Gundel und dem Glückszähner ins Licht. Für die Augen gibt's aber auch einen antiken Geldspeicher und für die Ohren, naja, Donalds Gesangskünste. Zu den lustigsten Gag-Geschichten von Don Rosa zählen zweifelsfrei die rasant erzählten »Alles schwer verquer« und »Vergiss es« mit Gundels zwielichtigen Zauberstäben. Zum Schluss spielen die Panzerknacker und Gundel in »Attacke« eine eher bescheidene Rolle, trotzdem bleibt die Story von Rosa auf jeden Fall im Gedächtnis, wird in ihr nicht auch der Geldspeicher in die Luft gejagt. Die Bedrohung für Dagoberts Reichtümer potenziert sich förmlich, als sich die Knackerbande und die Zauberin in »Glück und Glas« von Karl Warks miteinander verbünden. Fazit? Der Sammelband »Milliardenraub in Entenhausen« ist nicht nur ein schönes Geburtstagsgeschenk für eingefleischte Sammler, sondern richtet sich verstärkt an Gelegenheitsleserinnen, die weder eine Karl Warks noch eine Don Rosa Gesamtausgabe zu Hause stehen haben. Beide Künstler verkaufen sich immer gut, doch im Duo und in der edlen Aufmachung der ECC ist der Band umso geeigneter für interessierte Disney-Comic-Freunde. Einen besonderen Reiz macht das gespiegelt wirkende Cover von Don Rosa aus, ebenso sein angenehmes Vorwort. Andreas Plathaus liefert mit seinem Text wertvolle Informationen über die Jubiläare, die als redaktionelle Beiwerke nicht unbedingt selbstverständlich sind und aufgrund ihrer Schreibweise gut zu jung und alt passen. Außerdem ist es toll, dass einige Artworks enthalten sind, was sich ja gerade bei Don Rosas Pin-Ups zu allen drei Jubiläen anbietet, die zum 60. Geburtstag von Onkel Dagobert entstanden. Ein oder zwei Illustrationen von Barks wären natürlich auch schön gewesen, aber man kann ja nicht alles haben. Die Auswahl der Geschichten, die Janne Rohleder vornahm, ist stimmig. Es gibt auf über 400 Seiten viel zu lesen über Dagoberts Rivalen, die teils sehr bedrohlich auftreten, manchmal aber auch einfach urkomisch. Bei der Wahl der Don Rosa Stories kann ich da überhaupt nichts bemängeln. Einzig die Insel der goldenen Gänse von Karl Barks, in welcher sich die Panzerknacker und Gundel das allererste Mal zusammentun, hätte ich mir noch gewünscht. Leider wurde diese Geschichte erst zwei Monate vorher im Band Barks Onkel Dagobert Nummer 10 abgedruckt und auch der Klassiker Die Geldquelle erschien erst ein Jahr zuvor in einer anderen Publikation. Bei genauerem Hinsehen kann also der Eindruck entstehen, dass in dieser Ausgabe besonders viele Geschichten aus Karl Barks späteren Jahren versammelt sind. Was aber keineswegs automatisch für sinkende Qualität steht. In den Comics von Karl Barks spiegelt sich seine erzählerische Genialität wieder. Bei Don Rosa gibt's in rasanten Abenteuern tollen Slapstick-Humor, genauso wie trügerische Schlichtheit und kreative Experimentierfreudigkeit. Onkel Dagobert, Milliardenraub in Entenhausen, ist daher immer eine gute Wahl an einem grauen Regentag, wenn man entspannt in die Welt von Entenhausen abtauchen möchte und nicht gewillt ist, sich seine Lieblingsgeschichten einzeln herauszusuchen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. In Kürze werden auch zwei weitere Videorezensionen hochgeladen, die sich um Sammelbände mit Geschichten von Karl Barks und Don Rosa drehen werden. Wie immer sind wir für eure Unterstützung und eure Themenvorschläge dankbar. Bis zum nächsten Mal.